servus leute und herzlich willkommen auf lecker schmeckt anders schön dass du wieder mal eingeschaltet hast ich bin der lecker john und jetzt geht's ab leute lecker schmecker so leute weiter geht's und zwar habe ich heute wieder mal post bekommen und da dachte ich mir kaum aus mein unboxing raus und zwar postkamp von sicher sky an dieser stelle direkt mal liebe grüße rausgehauen und vielen lieben dank an adrian und marius von shisha sky wie gesagt vielen dank und liebe grüße an euch beide marius hatte mich vor paar tagen angeschrieben und gefragt ob ich nicht was gerne vorstellen möchte eine neue tabak marke die es auch wieder seit kurzem auf dem markt gibt da habe ich gesagt gerne natürlich stelle ich das gerne vor und teste das so dann hatte ich ihn auch noch gefragt ob ich nicht noch was anderes vorstellen soll da hat er gesagt schicke ich dir mit und was das jetzt alles ist schauen wir uns jetzt zusammen an so als erstes wir sehen könnt wunderbar verpackt gestern wurde das paket verschickt heute ist es da perfekt so als erstes das ist eine neue tabak marke wie gesagt seit kurzem wieder auf dem deutschen markt erhältlich nicht wieder sondern ja wieder sei weil die ganze zeit jetzt neue marken rauskommt deswegen habe ich wieder gesagt so sabako ist von wie heißt jetzt die marke noch mal von shisha waves glaube ich auf jeden fall genau von aus england aber alle weitere details kriegt ihr dann bei der vorstellung so tabak fühlt sich recht feucht an so was das hier für eine sorte ist habe ich jetzt leider vergessen ich glaube da soll es schottische limonade sein glaube ich und dann habe ich mir einmal ausgesucht den kuban vanilla das soll ein zigarre vanille mischung sein hier ist leider die ovp offen wir sehen könnt da sollte natürlich nichts sein ein bisschen ausgelaufen hier aber ich kann schon mal riechen ich auf jeden fall lecker schön cremig so was sehe ich hier ein typo für ein typo von fumari ein t shirt von fumari wird mir glaube ich aber nicht passen genau deswegen würde ich mal sagen würde ich das verlosen weil mir passt das nicht so sieht das ganze aus viel lieben dank dafür so und als letztes gibt es auch seit paar tagen und zwar der neue shisha sky kopf in der vision 2.0 so sieht das ganze aus hier im fahne loch sind befinden sich jetzt vier schlitze einkerbungen das ist dafür gedacht falls ihr die zu wenig tabak in den kopf reinpacken solltet und sich die folie anziehen anzieht dadurch habt ihr dann kein verschlechterung beim durchzug wie gesagt den kopf und die tabak also die sorten stelle ich euch die tage vor kopf sieht super verarbeitet aus ist ein kopf made in germany und diesmal hier mit einem logo das ist eine kooperation aber wie gesagt alle weitere details in der vorstellung dann noch mal vielen dank an dich marius und an der bruder adrian wie gesagt vielen dank für das zur verfügung stellen in dem sinne leute immer schön lecker bleiben bis die tage ihr wisst bescheid lecker schmecker